Wir starten mit unserer Kampagne Klimaschutz mit Messer und Gabel. Da fragt man sich natürlich als erstes, was bedeutet das denn jetzt, Klimaschutz mit Messer und Gabel? Sonst redet man ja eigentlich eher im Energiesektor oder auch im Verkehrssektor über Klimaschutz. Wir wollen mit unserer Kampagne darüber informieren, dass gerade das Ernährungsverhalten sehr viel mit Klimaschutz zu tun hat und insbesondere der Fleischkonsum. Die wenigsten wissen eigentlich, dass weltweit 18% des CO2-Ausstoßes zurückzuführen sind auf den Fleischkonsum und manche Institute rechnen sogar noch mit wesentlich mehr, also einer weitaus höheren Zahl. Also es ist absolut wichtig, dass man achtsam und bewusst auch mit dem Fleischkonsum umgeht, um eben auch etwas zum Klimaschutz beizutragen. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja zukünftig die Frage, wie wird man möglicherweise 9 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren können. Dazu muss man wissen, dass man eben für ein Kilogramm Fleisch bis zu 9 Kilogramm Getreide nur für die Fütterung der Tiere braucht. Es kann nicht sein, dass man bei diesen 9 Kilogramm, dass man sozusagen die an die Tiere verfüttert, die nur zu einem geringen Teil eigentlich für die Grundversorgung ernährungsmäßig der Menschen da sind. Es muss sichergestellt werden, dass die Flächen und das, was da angebaut wird, auch wirklich für die Menschen zur Verfügung gestellt werden kann. Und deswegen ist es aber auch eben wichtig, dass man den Fleischkonsum reduziert und eben nicht so viele Grundnahrungsmittel an die Nutztiere verfüttert werden müssen. Tierschutz mit Messer und Gabel bedeutet eben auch darüber nachzudenken, wie kann eigentlich eine artgerechte Tierhaltung in der Landwirtschaft gelingen. Wir Grünen sind ja schon immer Befürworter einer biologischen und artgerechten Tierhaltung. Das heißt, die Tiere haben genug Auslauf und es sind auch nicht zu viele Tiere auf einem Haufen, so wie in der Massentierhaltung häufig der Fall ist, sodass die Tiere krank werden, dass sie mit Antibiotika behandelt werden müssen, dass sie aber auch gestresst sind und deswegen ja auch überhaupt erst krank werden und dass eben verschiedene Amputationen vorgenommen werden müssen bei den Tieren, was äußerst schmerzhaft ist auch zum Teil, damit man überhaupt in der Masse Tiere halten kann. Wer A sagt zu biologischer und artgerechter Landwirtschaft muss auch B sagen, nämlich mehr Qualität als Quantität und das heißt eben weniger Fleischverbrauch. Mit unserer Kampagne Klimaschutz mit Messer und Gabel wollen wir in erster Linie dieses Thema nochmal mehr ins Gespräch bringen. Viele wissen gar nicht, dass wir im Moment ja die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung haben. Die hat 2005 begonnen, ging und geht über zehn Jahre hinweg. Dieses Jahr ist das Thema Ernährung. Ich glaube, das ist das Interesse dieser Dekade, aber auch von uns insgesamt mehr Bewusstsein zu schaffen, Informationen dazu zu bieten, aber auch die Anreizmöglichkeit für unsere Kreisverbände, für die grüne Jugend vor Ort mit anderen zusammen Aktionen zu machen, Klimadinner zu veranstalten, vegetarische Grillfeste, aber auch Informations- und Diskussionsabende, um einfach da einen Schritt weiter zu kommen und vielleicht sogar vor Ort eben einen vegetarischen Tag pro Woche einzurichten.